Ich bin Andreas Deier, Milchbauer aus Mühlingen. Wir versorgen sie verlässlich mit frischer Milch und Eis. Man versucht eine regionale Wertschöpfungskette zu haben. Das meiste Futter, was wir im Betrieb einsetzen, ist hofeigen produziert. Bei uns soll alles so natürlich wie möglich sein. Und natürlich ist für uns wichtig, dass die Qualität vor der Quantität steht. Lebensmittelherstellung oder Versorgung, das ist natürlich, denke ich, eines der wichtigsten für unsere Gesellschaft. Und somit muss man natürlich auch viel Sorgfalt weiterlassen bei der Herstellung, bei allen Abläufen. Und das ist uns ganz wichtig. Hier kann man halt noch ein bisschen oder kann man auf jeden Fall nachvollziehen, wie es produziert wird, was man dazu braucht, wie die Tiere gehalten werden. Und alles, was natürlich von weiter weg kommt, hat man natürlich diesen Einfluss oder diesen Überblick nicht mehr. Ich glaube, dass wir natürlich hier in Baden-Württemberg auch ziemlich hohe Standards haben, die natürlich auch schon einen hohen Wert garantieren. Den Teil vom Herz, den ich für die Arbeit verwende, da ist natürlich der ganze Teil dabei. Aber ich brauche natürlich auch noch ein bisschen Platz im Herz für anderes.